Herzlich willkommen, Srey. Herzlich willkommen. Ich muss heute aus dem Uribor gewonnen haben, dass ich ein Kabel oder ein Kabel oder so machen muss. Ich bitte sehr. Hehehe, das ist nicht so eine lustige Sache, aber... Ich möchte mich zuerst hören, wenn ich mich zuerst möchte. Ich bin zuerst. Ja, ich bin statt, klar. Erstmal, wie soll ich das machen? Ich habe alles gemacht, dass ich mich für dich verletzt habe. Ich habe alles gemacht, dass ich mich für dich verletzt habe. Es ist gut, ich bin es übel. Es ist für mich, dass ich morgen sein werde. Ich danke dir, Slay. So? Das war gut. Das war's. Dann lass uns morgen früh aufsuchen. Ich werde dir zu Gigi erzählen. Ich wollte noch etwas erzählen. Das ist eine sehr gute Frage. Werden wir wahrscheinlich irgendwann mal eventuell feststellen. So, auf zum Opa. Ihm Bescheid sagen, dass sie morgen abreisen wird. Hier vorne ist er. Was haben wir denn hier noch? Okay. Versperrte Tür. Sonst haben wir hier nichts. Gigi, ich werde morgen ausgerufen. Genau. So, ich denke, dass wir uns alle wiederholfen haben. Es war nicht so, dass wir uns alle wiederholfen haben. Ja! Sulei, ich bin wirklich in der Arbeit. Ich bin wirklich hier. Was ist das für mich? Ah, ich kann mich nicht mehr überlegen. Ach so. Alles klar, wenn ich die Richtung, dann kann ich mich nicht verleihen. Nein, ich glaube, ich glaube, ich bin... ...Alicia. Hä? Ich bin Alisha Diff. Alisha? Ich habe mich nicht, aber nicht nur gesagt, dass ich mich nicht mehr und nicht mehr anbieten kann. Ich habe mich nicht mehr als Hase gebetet, aber ich habe nicht nur die Frau, dass ich mich nicht mehr anbieten kann. Ich möchte mich nicht mehr anbieten. Was ist das? Sley, ich... Ich glaube, dass ich wirklich sein. Ich denke, dass es wirklich ein Geist gibt. Die Einzelnen von den Trennyschen in der Trennyschen schriftet, ist kein Geist. Ja. Das ist jetzt passiert, dass die Welt der Trennyschen in der Welt entsteht. Das ist ein Geist, das zu dem Trennyschen. Es ist eine Verlössung. Du bist gar nicht so. Ich habe mich nicht so. Du bist wirklich ein guter Mensch. In der Stadt der Redi-Lake wird ein Verwanderung in der Redi-Lake geöffnet. Wir werden auch noch ein Verwanderung mit den Krennenschlägen zu tun. Slay, ich will dich an den Krennenschlägen. Dann gehen wir. Das war's für heute. Ich habe den Mannen gefunden, der Mannen für den Mannen. Dann ist das eine Alisha? Das ist das Alisha-Diff. Das ist Alisha-Diff. Das ist kein Alisha-Diff. Es ist schwierig. Das war es gut. J.J. Was? Der Mannen ist in meinem Bereich. Das war's für heute. Oh, das ist eine Ritterin, aber es ist eine Ritterin. zu verbergen zu haben so ist zu verbergen vor uns was bist du hier vorne nur eine aus dem dorf wahrscheinlich was aber auch wohl nichts gefunden wenn du hier so rum stehst ja schon mal wer da hinten auf uns wartet und ob das der helion ist der gesucht wird irgendwo hier holy shit der hat mich gerade ein bisschen erschrocken das kommt wahrscheinlich nochmal ah ne da ja ja kassi kokoには mei ndishuしかないはず na nette arreta ni2人 modem was und korea schioma datt ihr noch Das ist der Grund, wenn du hier bist. Ich werde das nicht mehr aufbauen. Der kleine Kugel ist so schön. Der Kugel ist so schön. Der Kugel ist so schön. Der Kugel ist so schön. Wie sieht das Kugel aus? Was? Kannst du sagen? Willst du dich zu essen? Geh' dich! Ich bin zu Beginn! Joma, ich zeig' dir meinen Geist! Himmelsstrom. Mit Stick nach oben und X. Sehr gut. Dann habe ich endlich mal irgendwas. Also oben und unten ist das gleiche. Versuchen wir es doch mal. Verborgene Arte. Okay, man kann Kombos erstellen. Okay, cool. Klappt bisher eigentlich ganz gut. So, gerade eben die Abwehr kurz vernachlässigt. Sehr gut. Er ist... Und das war's. Sehr gut. Und das war's. Sehr gut. Und das war's. Sehr gut. Und das war's. 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 Ich würde sagen, dass wir uns nicht sagen können. Ja, das ist eine Art der Menschen, die Hjohma hat. Ich würde sagen, dass man sich疲lt hat. Menschen, Hjohma? Gut, dann gehen Sie kurz zurück. Ja, das stimmt. Gut, dann gehen wir. Ja. Ja. Vielleicht kann ich mich wieder aufwarten. Was soll das denn tun? Wunderbar. Hier gibt's nur noch einen Main-Disch, aber... Hm. Es ist nicht interessant, dass man den Main-Disch nicht verletzt hat. Wunderbar... ... was ist das denn? Okay, schauen wir mal kurz nach dem Archer, was wir noch bekommen haben. Ah, hier, mit Greistigerklinge haben wir neu. Ne, wird automatisch hier wohl gelagert alles. Ach ne, es war ein Amulett, stimmt. Das sind die Ohrringe, das ist die Weste. Oh, cool. Okay, das sind Titel. Angriff plus 4%. Du, 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 okay. Fokus. Und A hat der Angriff plus 4. Okay. Aber sonst haben wir nichts. Genau, hier kann man noch mal reinschauen, was wir... ... haben. Oh, das muss man auch noch alles lernen, das ist wirklich nicht ganz verstanden. Okay. Tadada. Okay. Soray will sich natürlich alleine jetzt aufmachen. Und, ähm... ...Alicia suchen. Und auch retten. Weil der Typ, gegen den wir gekämpft haben, der ist wahrscheinlich hinter ihr her. Also vermute ich auch. Und somit möchte sich Soray auf den Weg machen. Ich mache jetzt aber erstmal einen Schnitt. Werde hier die Aufnahme beenden. Und beim nächsten Mal suchen wir Alisha. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein! So, ich darf und wie.